Hier sehen Sie das System CONNECSO. Das ist ein System zur elektronischen Identifizierung, Rückverfolgbarkeit und Wartungsunterstützung mit Remote Service. Es wird eingesetzt bei Anlagenherstellern, Endanwendern, Geräte- und Komponentenherstellern in der Biotech- und Pharmabranche. Was ist das Besondere an diesem Produkt? Es bietet Rückverfolgbarkeit von der Herstellung bis zum Einsatz einer Komponente oder eines Gerätes. Eine effektive papierlose Wartung mit automatisierter Archivierung sowie intelligente Funktionen für eine vorbeugende Wartung. Der Hauptnutzen des Produktes für den Anwender ist Durchgängigkeit in Rückverfolgung und automatisiertem Wartungsablauf mit elektronischer Dokumentation zu einer Erhöhung der Prozesssicherheit. Hallo, mein Name ist Werner Flögl. Ich bin Leiter der Elektronik. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020